Was für eine Hitze! Hey Chicago, was macht ihr, um cool zu bleiben? Michelle, ich dachte, das ist kein Date. Ist es auch nicht. Also dafür gibst du dir aber ganz schön Mühe. Ich treffe mich nun mit dem Jurastudenten, der den Sommer über in der Kanzlei ist. Der aus Harvard. Er hat mich zu einer Gemeindeversammlung eingeladen. Und wie heißt der junge Mann? Barack Obama. Barack Obama. Hi. Hallo. Du bist zu spät. Ich hatte gehofft, du merkst es nicht. Ich hab's nicht anders erwartet. Du warst auch an deinem ersten Arbeitstag zu spät. Das hattest du also auch bemerkt. Als deine Betreuerin sollte ich sowas bemerken. So Michelle, kann's losgehen? Mhm. Sollten wir nicht langsamer los zu der Versammlung? Ach, das hat Zeit. Ich dachte, wir gehen vorher noch in eine Ausstellung, schauen uns ein paar Bilder an, holen uns was zu essen. Das hier ist kein Date. Wie sieht das denn aus, wenn ich mit dem ersten süßen Schwarzen ausgehe, der zur Kanzleitür reinmarschiert? Das wär unprofessionell. Du findest mich süß? Das hab ich nicht gesagt. Und wieso bist du dann nach Chicago? Ich wollte was verändern. Das wollte ich auch. Frauen helfen. Ihnen eine Stimme geben. Wir beide haben viel gemeinsam. Das ist wirklich lieb von dir, aber ich bin eher von der Eisfraktion. Wer bitte mag denn keinen Kuchen? Ich war schon lange nicht mehr so nah dran an echten, bedeutsamen Problemen. Ich möchte etwas bewegen. Ja, ich auch. Ich weiß nicht. Vielleicht schreibe ich Bücher. Oder ich mache was in Richtung Bürgerrecht. Politik? Vielleicht. Willst du auch was? Klar. Du denkst echt, du bist der Größte, was? Und echt süß. Also bei Dumbo sahen die ja ganz gut aus.